Moin Leute und damit ein herzliches Willkommen, ich bin's AceCave und ja, wir befinden uns hier in Minecraft im Singleplayer-Mode und nicht in der 1.9, nein, leider nicht, aber heute geht es weiter und ich muss jetzt mal gerade gucken, wo wir stehen geblieben sind. Genau, wir waren hier im Keller und hatten dann hier unseren Boden, so und da waren dann aber doch einige Kommentare, dass ich das aus dem und aus dem machen soll und Pikapo, ehe ich das jetzt aber durchsetze, lasse ich das jetzt so und mache erstmal den Boden hier weiter, weil da müsste ich ja jetzt wieder alles aufreißen, das wäre nicht so geil, also machen wir erstmal so weiter und dann mal gucken. Schwuppdi-Du Hm, das dauert noch sehr lange, ich bin, ach ne, wir können ja gar, oder können wir uns doch ne Dings machen, ne Eisenhacke, ich bin mir jetzt gerade ein bisschen unsicher. Ich meine schon, dass das geht, aber da war irgendwie was mit Mais in letzter Folge. Hatten wir denn da was oder hatten wir da nichts, das ist jetzt eine gute Frage. Auf jeden Fall brauchen wir wieder eine Menge an Holz. Und an Schlaf. Das auch. Und Kies, das ist wieder sehr gut, wegen dem Eingang. Was uns der blöde, blöde Creeper-Mann weggebrommt hat. Das war gar nicht cool, das war, uncool war das. Ja, gehen wir mal gerade auf den Hof, wir machen, und wenn wir vier Eisen haben, ich bin mir nicht sicher, ich glaube es waren vier Eisen noch. Sechs sogar. Einer hat gefehlt. Ja gut, dann machen wir uns davon Werkzeug, ganz klar. Jetzt sag mir nicht, wir haben keine Stöcker mehr. Wundervoll. Wundervoll, ehrlich. Wir gehen kurz schlafen, wenn wir können. Ich glaube, bei Regen geht das auch, oder? Ne. Ja, ganz toll. Ja, wir müssen uns kurz Stein holen. Ah, was mach ich? Vollidiot. Ja, machen wir gleich. Ich hol mir kurz Holz. So, ich hoffe natürlich wieder, dass ihr einen angenehmen Tag hattet. Ich hab da auf jeden Fall wieder einen, so wie jedes Mal. Obwohl, wir können auch eigentlich eine Birke nehmen dafür. Das ist ja jetzt nicht so tragisch. Ich glaube, das reicht auch schon. Wir brauchen ja jetzt erstmal Holz für Werkzeuge, wir brauchen ja jetzt kein Holz für die, für die... Aber das Haus sieht schön aus. Es hat was. Boah, das prasselt richtig auf dem Boden. So, rein hier. Eklig draußen. So. Jetzt brauchen wir... Wie viel machen wir denn? Das reicht erstmal. Äh... Äh... So. Und zwar so, 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 so. 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 Ey, ist das schnell dunkel geworden. Wo ist die Tür hinzu? Rein und schlafen gehen schnell. Ey, das kann's nicht sein. Wie kommen die hier jedes Mal rein? Das ist absolute Kacke. Was ist denn das für ein Scheiß? Mann. So. Aber jetzt machen wir hier gerade das fertig. Wo ist der andere Gravel? Ist auch egal. Vielleicht fred ich mich darüber jetzt nicht mehr auf. So. Wir machen jetzt auf jeden Fall den kompletten Gravel hier weg. Es kann jetzt eine schöne Schlucht hier werden. Aber... Ich brauche den Gravel. Wie ihr wisst, ich brauche den. Und zwar für meine... Für meine Wege. Da ist Eisen, da ist Kohle noch gewesen. Lohnt sich doch richtig. Vor allem an Gravel. Dann brauchen wir jetzt nicht so weit irgendwas suchen. Weil ich wollte ja eine Folge mal suchen gehen. Aber dann haben wir das ja schon mal... Erledigt dann. Kohle ist auch gut. Und XP ist auch gut. Ist doch alles wunderbar. Ah, nur ein Eisen. Äh, seht ihr, jetzt hätten wir zum Beispiel noch ein Stück irgendwie eine Eisenrüstung gehabt oder so. Das müssen wir jetzt auf jeden Fall wieder aushüllen hier. Weil ich keine Lust habe, dass hier drunter irgendwie Monster spawnen. Da wir eh genug Dreck haben, füllen wir das aus. Sonst bricht uns die Blut hier noch ein. Ich kann ja nicht so ein riesen Loch hier lassen. Sieht ja auch schäbig aus. Schäbig. Löcher stopfen. Es gibt... Ich kenne jemanden. Und, äh... Ja, ihr kennt wahrscheinlich auch viele Leute oder einige. Äh, ne. Und zwar dort ist es so, dass dieses... Also das Drehen, wie man Minecraft spielt an sich... Das macht, äh... Da wird den Menschen schlecht von. Den ich kenne. Und ich kann das nicht nachvollziehen. Also allein schon, wie ich jetzt gerade spiele. Wie ich mich jetzt hier so drehe und... Jetzt gerade so hier weitermache. Dass, äh, davon... Geht einem schlecht. Also dem Menschen. Mein Gut kann ja sein. Mir wird auch von manchen Sachen schlecht. Aber ich glaube, nicht, wenn ich spiele. Also mir wird noch nie schlecht bei irgendeinem Spiel. Wahrscheinlich ist es auch mit... Gewöhnungs, äh, bedürftig oder so. Aber ich kann es mir nicht vorstellen. Naja. Ist auch ein anderes Thema. So, jetzt sind wir gleich fertig, Freunde. Braucht man nur noch Holz. Ja, ich weiß, da ist Gravel. Egal. Wir haben jetzt, glaube ich, erstmal genug Gravel. Ja. Genug Kies. Erstmal. Erstmal. So, jetzt ist es hier ganz dunkel. Ihr könnt wahrscheinlich gar nichts sehen. Aber es wird gleich auch wieder hell. Nachdem ich das jetzt hier fertig... ...platziert habe. Ja, ja. Bruchstein haben wir jetzt genug. Aber auch noch nicht so genug, dass wir ein Riesengewächshaus machen können. Sondern erstmal ein kleines. Boah, hört ihr das klicken? Ist das nicht geil? Und ich höre die ganze Zeit Lava. Da könnt ihr mir erzählen, was ihr wollt. So, jetzt muss ich gerade mal überlegen, wo ich die Fakern generell sowieso hinmache. Und hier habe ich gerade eine Idee, dass wir hier irgendwie so einen Gang irgendwo hinmachen. So, jetzt muss ich gerade überlegen. Und zwar... Hm. 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 Moment. Hm. 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 So passt es. So ist es perfekt. Genauso will ich das haben. So. Brauchen wir aber noch ein paar Fackeln. Machen wir uns nochmal vier. So, 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 so. Passt perfekt. Jetzt brauchen wir Holz. Und was zu essen. So, da wir jetzt noch fünf Minuten haben, machen wir das jetzt auch ganz schnell mit dem Essen. Hacken das, bis die Hacke einmal leer ist. Aber ich denke mal, da sollten wir ordentlich an Bäumen, wollte ich schon sagen, an Holz rankommen. Sammeln. Wie auch immer. Nur, ich muss hier hinten hinlaufen. Das ist gerade mein Problem. Und dich, du, du, du hast erstmal geschlachtet auf den Weg und du da hinten auch. Denn der alte Kauz braucht was zu essen. Braucht Nahrung. So. Boah, wir haben euch echt schon so viel abgehackt. Das sind locker zwei Stacks an Baumstämmen, die hier nur sind bestimmt, ey. Locker. Guckt euch das an, ey. Krass. Vielleicht hacken wir das ja irgendwann mal ab. Mal gucken. Mal gucken. Ich gehe mal davon aus, wir brauchen noch drei Stacks. Mindestens. Bestimmt. Hätte ich mir mal noch eine zweite Hacke mitgenommen. Ich glaube nicht, dass das reicht. Definitiv nicht. Ich versuche mich mal zu übereilen, dass ich dann noch irgendwie das hinkriege. Aber mit der Hand dauert das natürlich immer wieder länger, ey. Ich überlege gerade einen Mod zu installieren und zwar den Timber-Mod. Aber dann hätte ich diese Baumstämme nicht. Das ist gerade ein bisschen kacke dann. Aber vielleicht, wie der ein oder andere mittlerweile auch weiß, warum ich das mache. Ich mache das, damit es für ein bisschen realistischer aussieht mit den Baumstämmen. Weil, ich meine, wenn du irgendwie, äh, ja gut, meinetwegen im Landwirtschaftssimulator machst du ja auch die Baumstämme weg. Aber so, die meisten bleiben ja stehen, wenn du einen Baum absägst, ne? Das ist ja so, dass das, was, äh, ein Gedanke ist oder was, was, äh, dahinter steckt. So, mal kurz die ganzen Setzlinge einsacken. Da lag ein Apfel irgendwo hier. Ne, war eine Blume, ja gut. Ähm, den können wir mal kurz essen. So, gehen wir mal gerade nach Hause. Kommen wir noch ins Wasser. Da war eine Höhle, die merke ich mir. Egal. So, wir haben jetzt noch eine Minute. Wir bauen jetzt noch ganz schnell so, das ganze Holz weg, was geht. Aber hier sind ja auch schon ein paar Bäumchen gewachsen, sehe ich gerade. Die sind mir noch gar nicht so aufgefallen. Wie viele Setzlinge haben wir jetzt gesammelt? Neun Stück, die könnten wir hier einfach irgendwie pflanzen oder so. Genau, Gewächshaus noch nicht bauen. Die Steine bleiben fürs Dach. Das muss ich mir unbedingt aufschreiben gleich. Sonst verballere ich wieder hier die Brötchen umsonst. Ja, da. Thema umsonst. Ja, genau. Mann! Konzentrierter arbeiten. Aber die Decke ist ja eigentlich erstmal nicht so wichtig. Die Wände sind viel wichtiger. Mann, nein, nein, nein. Mann, dann scheiße, Mann. Das ist doch kacke. Wir haben gerade mal noch 58 Holzblöcke. Das reicht locker nicht für die Wand. Äh, für die Decke. Definitiv nicht. Wenn es hochkommt, reicht es gerade mal. Oh Mann, was ist denn heute los, ey? Kann es doch nicht sein, Mann. Das ist doch echt... Ich wollte gerade sagen, das reicht gerade mal für die eine Seite hier. Ich habe ja gesagt, drei Stacks. Drei Stacks. Wenn wir jetzt noch 64 gehabt, dann... Ah gut, brauchen wir noch zwei Stacks. Aber sieht, äh... Schon mal ein wenig anders aus. Jetzt machen wir schon mal gerade was. 4 und 4. 4. Ja, passt. Wenn das mit anderem Holz auch geht... Ne. Doch. Haben wir nur zwei. Da haben wir auch zwei. Dann machen wir das gerade noch zu Ende. Obwohl, machen wir das jetzt noch zu Ende? Ne, wir machen das nächste Folge. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt. ASK von...